Wenn man zum Schalker Training kommt, da gibt es jede Menge Leute, die kommen von überall her und da muss man mal die Augen aufhalten und dann trifft man vielleicht sogar, ich weiß es nicht, Marcelo Bordon. Marcelo, ich muss nicht fragen, wie es dir geht, das sieht man, prächtig. Aber was machst du hier? Ich habe auch schon die Antwort gegeben, was mache ich in Brasilien, nicht hier. Da muss man fragen, was machst du da in Brasilien. Ich komme immer wieder zu Besuch, das ist auch meine zweite Heimat und diese Erfahrung, die ich habe, wenn ich hierher komme, das geht nicht bei jedem. Nicht bei jedem bekommt sowas. Ich merke schon, dass die Leute hier merken, dass ich ein Stück von Schalker bin, kann. Deswegen komme ich immer wieder und ich freue mich sehr. Wir auch, Marcelo. Das komplette Interview auf Schalke TV.